Dieser super gut ausgestattete Ford Focus Trend Turnier könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Spiegel bieten beste Übersicht. Die Karosserieform des Turniers wirkt sportlich dynamisch flach. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 16 Zoll Leichmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Beheizte Vordersitze und beseitig das Lenkrad bieten viel Komfort. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das Sicherheitspaket in diesem Fokus schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und LED-Tagfahrlicht. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gibt es noch einen Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync 2. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem sportlichen Ford Focus Trend-Turnier und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie mal ein paar Proben. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.